Was sind die Symptome einer Leukämien? Leukämien ist ein Krebs der Blutzellen und des Knochenmarks, bei dem sich zu viele Blutzellen vermehren. Die Symptome der Krankheit variieren stark, da es verschiedene Arten von Leukämien gibt. Außerdem unterscheiden sich die Leukämien-Symptome bei Kindern von den Symptomen bei Erwachsenen. Wenn Leukämien-Symptome zum ersten Mal auftreten, sollte der Patient nicht sofort davon ausgehen, dass er oder sie Krebs hat, da die ersten Symptome vage sind und Anzeichen für eine Reihe von Krankheiten oder Problemen angenommen werden können. Zwei Hauptbereiche der Leukämien sind akut und chronisch. Bei akuter Leukämien nehmen die unreifen Blutzellen des Patienten rasch zu, drängen sich im Knochenmark und verhindern, dass gesunde Blutzellen gebildet werden. Die bösartigen Zellen können leicht in die Blutbahn und andere Organe des Körpers freigesetzt werden. Bei chronischer Leukämien bilden sich alarmierend schnell reifere weiße Blutkörperchen. Akute Leukämien tritt häufiger bei Kindern auf, während chronische Leukämien im Allgemeinen bei älteren Patienten auftritt. Frühe Symptome einer Leukämien tritten bei Patienten mit akuter Leukämien wahrscheinlich häufiger auf. Symptome einer akuten Leukämien sind Fieber, Infektionen, Lethargie und Knoten im Nacken, in der Achselhöhle oder im Magen. Die Symptome einer chronischen Leukämien brauchen länger, um sich zu entwickeln. Dazu gehören Ermüdung, Gewichtsabnahme, Schwitzen, Fieber und Schmerzen unter den Rippen. Zu den Symptomen, die sowohl bei akuten als auch bei chronischen Patienten auftreten, gehören Schmerzen, Kopfschmerzen, Blässe, Blutungen oder Blutergüsse, Appetitlosigkeit, Schmerzen in den Knochen oder Gelenken, allgemeines Unwohlsein, Infektionen, Fieber, eingeschränkte Bewegungsfähigkeit und rote Flecken unter der Haut Haut und vergrößerte Leber, Milz- und 5 Knoten. Wenn eine Person Leukämien-Symptome hat, sollte sie sofort einen Arzt aufsuchen, um eine offizielle Diagnose zu erhalten. Das Auftreten einiger dieser Symptome weist nicht unbedingt auf Krebs hin, da sie sich auf eine Reihe von Krankheiten beziehen können, und es gibt keine spezifischen Indikatoren für Krebs, die ein Patient ohne Analyse eines Arztes identifizieren kann. Wenn ein Patient behauptet, Symptome einer Leukämien zu erleiden, wird ein Arzt die Schwellung des Abdomens oder Lymphknotens, abnormale Blutungen oder Blutergüsse und abnormale Bluttestergebnisse überprüfen. Eine Schwellung tritt auf, wenn sich eine große Anzahl von weißen Blutkörperchen in einer Körperregion ansammelt, während Blutergüsse und Blutungen durch zu wenige Blutplättchen verursacht werden, Blutzellen, die sich anhäufen, um Blutungen dem Körper zu verhindern. Blutuntersuchungen messen die roten und weißen Blutkörperchen und Blutplättchen eines Patienten, und zu viele weiße Blutkörperchen können ein Zeichen von Leukämien sein.